hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohkorti wir spielen heute overwatch und mit dabei ist kai ist auf dem deichbrand festival und chris ist gerade bei meckes das heißt ich nehme heute ganz alleine auf und da habe ich mir gedacht spiel heute doch mal den rang des modus mal was ganz anderes zurzeit rang 48 glaube die beste platzierung war 50 ich glaube 50 vielleicht sehen wir das gleich noch mal ja zeit unbekannt okay mal gucken wie das dauert aber ich glaube er hat was gefunden oh nice hollywood wir sind das außenseite team toll mal gucken wie das so wird ich bin main supporter wenn man das so sagen kann also ich spiel ganz gerne die support klasse okay an sich erledigt dann nehmen wir den soldier den spiel ich auch ganz gerne also wenn supported vergeben ist dann offensiv und dann auch lieber den soldaten wie heißt der 76 der ist eigentlich ganz stark ist auch nicht ganz so schwer zu spielen und macht auch ziemlich viel spaß finde ich den haben wir jetzt alles okay dva oder die war die hat ja einen guten buff bekommen mit dem neuen patch dann klar hier die anna die neue reinhard als tank gar nicht schlecht auf angriff mal gucken hollywood dann senjata und fairer das ist ja richtig ist familientreffen hier anna und fairer reimt sich sogar ob das ein zufall ist ich glaube nicht so 15 sekunden noch auf der uhr vielleicht kann man schon mal sehen ok junk weg gleich hier vor der haustür auf jeden fall plänen schon die ersten sachen kann ich noch mit hinten sehen irgendwer ist noch hinten noch moment mal ist das ein hand so und der junk wird ok wir nehmen bei den seiten ausgang wollen nicht in irgendwas reinlaufen und los geht's schön auf den punkt drauf da oben ist ein geschütz gedeckt vom reinhard wenn ich das richtig sehe ja ok vielleicht kann man hier von der seite ah da ist mercy alles klar oh da sind ein paar viele ok das geschützt da oben oh junk wird hier in der hütte oh reinhard reinhard gegen reinhard was ein battle oh zaria bei uns ist down nice hinten der junk wird bekommt auch ordentlich ins gesicht vielleicht können wir den noch killen das wäre vielleicht ganz nice ah wird hochgehalten von mercy auch mercy einen leichten buff erhalten zumindest was ihren damage boost angeht aber ihre ulti dauert jetzt etwas länger bis sie verfügbar ist hier reinhardt charged hier rein bringt aber rein gar nichts da hätten wir das geschütze aufgebaut gar kein ding wird nieder gemäht gleich wenn es soweit ist da ist es down nice hier ist eine diva unsere ok junk wird ulti sollten wir vielleicht weggehen erstmal auf die gute karre hier drauf ist ein schöner benz würde ich sagen nice ich hab mich extra versteckt dann kommt trotzdem dieses blöde rad ok egal immerhin die fracht bewegt 30 meter haben wir schon sehr nice es geht hier oben ab er bettelt sich da sehr schön reinhard du hast die fracht ok wer zu einer seite vielleicht kommen mit der ulti vielleicht bekommen wir da den ein oder anderen kill und los geht's wow hier ist ja gar keiner ok saria oder wie die olle heißt boah was eine verschwendung ich glaub's nicht aber ist egal wir ballern fröhlich weiter drauf fast den kill bekommen nice sind kurz vorm nächsten checkpoint und der reinhard ist auch down dafür auch unser senjata jetzt wird's etwas gefährlich danke für die ulti anna richtig nice von ihr ok wer ist da drin keiner mehr alles klar gehen wir erstmal schön hier aufs auto oben drauf kurz vor der tür nice nächster checkpoint zwei punkte für unser team schon hier ist der reinhard erstmal schön aufs schild ballern damit das auch ordentlich mal runter geht geht ja anscheinend auch ein soldier aber der macht nichts denn der ist schon down nice so vielleicht können wir hier noch wen abgreifen nee hier ist keiner mehr okay junk mit ulti vielleicht können wir den hier oben noch killen wenn der gerade in seiner ulti drin ist war der nicht gerade hier irgendwo anscheinend nicht okay ist er down oder war das unserer nee nice okay war anscheinend der gegner da hinten ist der andere soldier den bekämpfen wir jetzt erstmal so okay hat sein ulti an da soll man vielleicht nicht in seine range reingehen sehr gut so macht man es nicht aber na gut unser team pusht weiter sehr nice jetzt schnell hinterher wir wollen ja noch mit aufs siegerbilder am ende drauf schnell ulti anmachen bevor es gleich vorbei ist einen bekommen wir noch vielleicht noch einen zweiten nein hier steht keiner mehr rum doch den reinhardt nee der macht das schild egal wir laufen durch killen ihn trotzdem und oh genji ich wollte gerade sagen wir haben schon gewonnen aber der genji der nervt noch ein bisschen sarja auch noch weg jetzt aber auf den punkt nice haben wir geholt in nee sieht man gar nicht wie wir gebraucht haben aber noch vier minuten auf der uhr gehabt ziemlich nice 3 zu 0 erstmal hier gut job ans team schreiben haben sie gut gemacht so wir nehmen weiter den soldaten hat gut funktioniert auf der angriffsseite das heißt verteidigung wird auch funktionieren so was fehlt hier kein defensiver helden okay das heißt irgendwer könnte den torbjörn nehmen okay oder auch nicht wir haben wenig team schaden okay vielleicht er wieder fairer oder so oder verteidigung das kann auch verteidigung gut sein mcree vielleicht mcree mal gucken okay torbjörn torbjörn ist auch gut wenn er seine geschütze gut platziert dann haben wir auf jeden Fall schon hier eine gute verteidigung okay dankeschön ich wusste halt dass er auf dem spiegel hängt der nicht macht nicht funktioniert kann man was über sprayen nice moment das hat style unglaublich so wie ist jetzt hier die aufstellung torbjörn hat seine geschütze glaube ich da oben gestellt mit der diva wer ist noch da oben ach mercy alles klar sehr nice ich versuche mal hier oh der kommt ein bisschen zu nah kurz weg gehen wir schießen aufs schild aus sicherer distanz wir wollen nicht gleich hier sofort sterben das wäre uncool da ist der genji der hilft da durch die gegend oh die haben lucio reinhardt wo will er hin okay er geht wieder zurück den lucio hätte ich ganz gern gehabt angedäht okay oh hallo genji tschüss genji läuft einfach dran vorbei okay reinhardt in der hütte den treiben wir erstmal hier wieder nach draußen oh was war das denn achso die flash von mccree der damage boost von mercy gibt jetzt einen bonus von 50% vor allem zu 30% das heißt okay er hat seine ulti schon nicht so cool wir machen jetzt unsere erstmal hier den reinhardt down und dann geht es hier hinten weiter triple kill und fast den genji noch geholt unglaublich der hatte ganz wenig hp okay mercy dann scheint hier irgendwie wiederbelebt mich aber irgendwie nicht oder was die innerische mercy kann auch der regner sein egal oh hier ist senjata mein freund senjata wurde auch mega gebufft hätte ich eigentlich auch ganz gern gezeigt aber man spielt ja hier für das team ist ja ist ja logisch im ranked er möchte ja auch gewinnen sonst kann man auch normale spiele spielen okay mccree ulti oh das hat mich nicht getroffen das ist ja lächerlich okay zum glück hat er hier wow da kam ja alles auf mich zu oh shit ich hoffe das team kann jetzt noch verteidigen sieht aber gut aus sieht gut aus hier ist auch mercy haben wir jetzt die haben wir die spot eigentlich runter scheint so nice sehr gut das team ist richtig nice hat man selten sowas okay er hat wieder seine ulti der andere soldier warum hat er die so häufig irgendwas mache ich doch falsch reinhardt vorsicht der kommt wieder auf den spot okay ist down nice oh da kommt der ganze rest okay wird wieder belebt aber der sollte eigentlich gleich wieder down gehen okay hier im häusen sind wir erstmal sicher okay genji ist down reinhardt auch und der soldier okay rakete ging daneben finva killstreak vielleicht kommt hier der orbitalsatellit gar kein ding okay wer ist auf oh mcree ist down wo kommen wir hier noch wen wäre ganz gut okay da kommen mir zu viele raus auf jeden fall was geht draußen ab hier reinhardt wieder okay schöne wiederbelebung hier von der mercy okay jetzt haben wir einen winston hier im gegner team aber ich glaube der wird es auch nicht mehr bringen haben wir es jawoll sehr schöne sache endlich mal wieder gewonnen overwatch lang ist es her das war ein gutes team und eine gute runde gucken wir das highlight der genji okay was hat der denn so schönes gemacht schauen wir doch mal die runde ach das wird dieser moment 25 ap hat er noch gehabt oh nice 28 prozent team schadens holy shit war das echt so viel okay wusste ich gar nicht aber nice sache auf jeden fall kurz vor level 61 zweimal silber einmal gold einmal bronze 26 kills vier tode gar nicht schlecht eigentlich also ist mal ein plus hier umgeben war ein gutes match so und was ist das denn jetzt okay das ist anscheinend neu diese kleinen Pfeile da unten habe ich noch nicht gesehen aber mal gucken ah das war es schon nice ich hoffe euch hat das Video gefallen mal was ganz anderes ohne einen zweiten Kommentator zweiten Mitspieler genau dann bewählt das Video und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal